Roulette Kesselgucker für Fernsehproduktion gesucht für eine Fernsehdokumentation, die im deutschen, britischen und australischen Fernsehen gezeigt und auch von dort in Auftrag gegeben wurde. Über das Glücksspiel suchen wir einen Roulette Profi, der sich mit der Roulette Kesselguckentechnik befasst und auch in europäischen Kasinos nach der Roulette Kesselguckentechnik spielt. Es wäre schön, wenn Sie uns dann auch vor der Kämmerer in einem noch zu bestimmenden Casino die Roulette Kesselguckentechnik in Demonstrationsspielen vorspielen könnten. Natürlich zahlen wir ein entsprechendes Honorar und auch die anfallenden Reisekosten und Spesen. Wir sind eine australische Movie- und Filmproduktionsgesellschaft und produzieren überwiegend für Fernsehanstalten Dokumentationen. Entsprechende Roulette Kesselgucker wollen sich bitte Zweckskontaktaufnahme melden, dazu haben wir auch eine deutsche Fax- und Telefonnummer eingerichtet. Telefon-Fax Deutschland 03222445263 Telefon-Fax Australia 0061-2-9284-9666 Seel Media Movie & Film Production Telefon-LTD-GPU-Box 5218, Krausnest 1585, Sydney, NSW Australia